Die Bergschmiede am Erzberg ist für mich ein einzigartiger Ort. Mitten im hochtechnologisierten Erzabbau-Betrieb steht sie da als Ort der Weiterführung eines Jahrtausendealten Handwerks. Es treffen sich hier unterschiedlichste Leute und Charaktere, die alle eines miteinander verbinden, die Faszination zu einem Material, dem Eisen und seiner Bearbeitung, dem Schmiedehandwerk. Da bin ich mit meinem Vater in die Werkstätte gegangen, wo er gearbeitet hat und da hat er ein Feuer eingeheizt und hat mir ein Stangl in die Hand gegeben und ich habe dort als Sechsjähriger auf das Stangl mit dem Hammer aufgeklopft. Und damals ist eigentlich bei mir der Urgedanke entstanden, ich will auch Schmied. Die Bergschmiede gibt es in Eisenherz seit dem Jahre 1994. Und mit vier Kollegen haben wir da acht Monate diese Werkstätte installiert und hergekriegt. Und das wirklich Schöne finde ich am Schmiedehandwerk oder am Umgang sozusagen damit, dass es auch wirklich diese Gegensätze, also die nicht nur ich in meinem Arbeit vereint, sondern die Arbeit auch in sich trägt. Dass sozusagen ein Wechselspiel zwischen Stillstand und Bewegung, zwischen Geist und Handwerk ist und zwischen Reflexion und Intuition. Also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung. Und man arbeitet mit allen Elementen und man arbeitet eigentlich auch mit allen Sinnen. Das ist auch in der Mythologie sehr schön beschrieben durch Hephaistus, der sozusagen handwerkliches Geschick mit menschlichem Geist verbindet und eigentlich, sagen wir so, eine Darstellung des kreativen Menschen ist, der eben den Geist mit handwerklichem Geschick verbindet und neuartige, außergewöhnliche Wunderdinge erfunden hat und auch ausgeführt hat, die bis dato nicht da waren und die nicht existiert haben. Ich versuche die Attribute des Eisens aufzuheben, sozusagen, dass das Schwere leicht wird, dass sozusagen das Starke fragil erscheint. Also ich versuche sozusagen die zu vereinen, die Gegensätze. Also das Schöne ist, dass wir uns sozusagen in dieser Liebe zum Handwerk und zum Material treffen und dass man eigentlich wirklich aus unterschiedlichen Welten kommen. Er hat jahrzehntelange Schmiedemeister Erfahrung und ich komme sozusagen aus dem künstlerischen Bereich, aus einer ganz anderen Sichtweise. Ich kann was formen und ich kann einem anderen eine Freude machen und kann irgendwas machen und ich weiß, einen Teil habe ich eine Freude gemacht damit. Und das ist was Bleibendes, bis er halt verrast, nicht, wenn er in die Halte kommt, nicht. Aber das ist das Non plus Ultra für einen Schmied, der was gern schmieden tut. Ja, das Interessante und das wirklich Schöne am Schmieden und an der Arbeit, sozusagen der Schmiedearbeit mit Eisen ist einfach, dass es wirklich aus einem Stück heraus wächst. Und ich betrachte es eher so, dass ich sozusagen damit im Raum zeichnen kann. Also wie dreidimensionale Kalligrafien. Und das ist eben das Schöne, dass du es wirklich sehr organisch herauswechseln kannst, sozusagen wirklich aus einem kleinen Stück Flacheisen, eine wahnsinnig schöne, feine, große Linie machen und in den Raum schwingen lassen. Was ein schöner Punkt, gemeinsam eben diese Eisenblüte vor der Bergschmiede umzusetzen, wo eben sozusagen eben diese zwei unterschiedlichen Welten sich getroffen haben. Sozusagen der Siegel mit der Idee des Bohrhammers, der da hineinbohrt und dann meine Eisenblüten herauswechseln lässt und dann auch noch eben diese fantastische Geschichte mit dem Wunderknauer überlegt hat. Ein Bergmann hat beim Bauern diese Eisenblüte momentan aufgeweckt und die ist während dem Bauern herausgewachsen. Und dann haben sie den Stein nicht sprengen dürfen, sondern der ist so gelassen worden. Und dann kann man den besichtigen und das war meine Sage praktisch über das. Ich nehme jetzt einen Eisen her und nehme einen Hammer her. Und dann haue ich auf das Eisen rauf und denke, nachmittag gehe ich spazieren, das wird lustig werden. Da wird etwas rausgekommen, wenn ich mit dem Hammer rauf habe. Aber das ist die Motorik, das geht von selber nicht. Und wenn ich halt mit dem Hirn nicht dabei bin und ich drehen kann spazieren oder aufs Mensch, was ich treffen will, dann kann da nichts außer kommen. Du überlegst dir, was du tust, du hast dein Ziel, aber du machst es in Zwischenschritten. Das heißt, du hast die Zeit im Feuer vor dem nächsten Schritt und da ist dieser besagte Stillstand, wo du dir überlegst, was du in der nächsten kurzen Zeit, so lange das Eisen heiß ist und man nicht schmieden kann, wie das auf dem Sprichwort heißt, was du da tun wirst. Und genau aus dem Moment zählt und in dem Moment bist du konzentriert. Wie passiert es immer öfters, dass ich solche schönen Glücksmomente vor dem Feuer habe und beim werden wir weiterschmieden? Ich bin jetzt 75 Jahre alt. Ich habe nicht alles leicht gehabt, aber das, was ich bis heute gemacht habe, ich bin zufrieden. Ich möchte nicht noch mehr auf die Welt kommen. Und wenn ich noch mehr auf die Welt komme, wir wieder schmieden.